Johannes, der Jünger Jesu, lebte in der Verbannung auf der Insel Patmos. Dort hatte er viele Visionen und Erscheinungen, die er selber gar nicht richtig verstand, aber die eine wichtige Botschaft für die Gemeinde Gottes waren. Und diese Visionen, die Johannes gehabt hat, sind uns in der Offenbarung aufgeschrieben. Heute lesen wir einen weiteren Abschnitt aus Offenbarung Kapitel 19 von Vers 11 an und wieder merken wir, welche wunderbare, seltsame und unerklärliche Dinge da beschrieben werden und geschehen. Wir wollen sehen, was wir damit machen können, was wir daraus verstehen können. Es heißt hier im Vers 11, nach einer modernen Übersetzung in heutigem Deutsch, Dann sah ich den Himmel weit geöffnet, und ich sah ein weißes Pferd, auf dem saß einer, der heißt der Treue und Wahrhaftige. Er urteilt und kämpft gerecht. Seine Augen waren wie Flammen, und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Ein Name stand auf ihm geschrieben, den nur er selbst kennt. Sein Mantel war blutgetränkt, und sein Name ist das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm. Alle ritten auf weißen Pferden und waren in reines weißes Leinen gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegen sollte. Er wird sie mit eisernem Zepter regieren und sie zertreten, wie man die Trauben in der Weinpresse zertritt. So vollstreckt er den glühenden Zorn Gottes, des Herrschers der ganzen Welt. Auf seinem Mantel und auf seinem Schenkel stand sein Name, König der Könige und Herr der Herren. Und dann sah ich einen Engel, der stand in der Sonne. Er rief allen Vögeln, die hoch am Himmel flogen, mit lauter Stimme zu, Kommt, versammelt euch für Gottes großes Festmahl. Kommt und freßt das Fleisch von Königen, Heerführern und Kriegern. Ich freß das Fleisch der Pferde und ihre Reiter, das Fleisch von allen Menschen, von Sklaven und Freien, von Hohen und Niedrigen. Und dann sah ich das Tier zusammen mit den Königen der Erde. Ihre Heere waren angetreten, um gegen den Reiter und sein Heer zu kämpfen. Das Tier wurde gefangen genommen. Und auch der falsche Prophet, der unter den Augen des Tieres die Wunder getan hatte. Durch diese Wunder hatte er alle verführt, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Standbild des Tieres angebetet hatten. Das Tier und der falsche Prophet wurden bei lebendigem Leib in einen See von brennendem Schwefel geworfen. Alle übrigen wurden durch das Schwert vernichtet, das aus dem Munde dessen kommt, der auf dem Pferd reitet. Alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Krieg ist immer etwas Grausames und Furchtbares. Er verursacht viel Leid unter den Soldaten und ihren Familien, sowie unter der Zivilbevölkerung. Männer, die durch eine Kugel oder Granate gleich umkommen, haben es noch am besten. Von denen, die lebendig nach Hause zurückkehren, sind viele körperlich verstümmelt und verkrüppelt, ein menschliches Frack. Dazu haben sie noch gewöhnlich einen seelischen Knacks von all dem Erlebten. Wer kann es schon einfach so vergessen, wie er immer wieder mit dem Tod konfrontiert wurde? Bei vielem bleiben dauernde nervliche Schäden zurück. Sie können nicht mehr ruhig schlafen. Bei kleinen Geräuschen fahren sie zusammen oder werden hysterisch. Zu den durchgestandenen Ängsten und Schrecken kommen auch noch die Erfahrungen des Verlustes hinzu. Jeder Soldat muss nicht nur die Strapazen und Ängste selber durchmachen, sondern er hat sie bei seinen Kameraden ständig vor Augen. Und oft muss ein junger Mann das qualvolle Sterben eines Freundes miterleben. Das Schlimmste ist aber dann bei vielen noch die seelische Belastung, dass man andere Menschen umgebracht hat. Ich habe selbst Männer kennengelernt, die durch das Töten anderer innerlich zerbrochen sind. Sie wurden mit der Schuld und Sünde nicht fertig. So kann man nach Kriegszeiten all die körperlich, nervlich und seelisch zerstörten Menschen herumlaufen sehen und es dauert gewöhnlich lange, bis die Kriegsfolgen überwunden sind. Aber ein Krieg heute zerstört ja nicht nur Soldaten und Kriegsgerät, sondern auch die Industrie, die Städte, das Land und die Zivilbevölkerung. Man hat schon gesagt, dass in modernen Kriegen, die mit Bomben, Atomwaffen und chemischen Kampfmitteln geführt werden, die Zivilbevölkerung mehr leidet als die Soldaten. Gerade kürzlich sah ich ein Bild in der Zeitung von einer Mutter mit ihrem Säugling, die völlig erschöpft und ausgemergelt ein Flüchtlingslager erreichte. Trotz all dieser und anderer entsetzlicher Folgen gibt es weiterhin Krieg. Irgendein Grund findet sich immer. In Afrika sind es oft die Stammesfäden, wo eine Rasse gegen die andere kämpft. Im Nahen Osten geht es um die Erdölfelder und den Reichtum. In Südamerika finden wir oft die Klassenkämpfe der Armen in Form von Guerillakriegen. Nicht selten geht es auch um Ideologien und sonst wie aufgebrachte Gefühle. Der Krieg nimmt kein Ende. Trotz aller Bildung und aller Zivilisation sind die Menschen nicht vernünftiger und weiser geworden. Zu schnell vergessen sie die Leiden und schon nehmen sie wieder irgendeine Meinungsverschiedenheit als Anlass, Gewalt anzuwenden und sich gegenseitig zu vernichten. In Zeiten erbitterter Kriege und großer Zerstörung fragen sich die Menschen oft, warum lässt Gott das zu? Warum greift er nicht ein und macht Schluss mit all dem Elend? Es sieht fast so aus, als habe Gott sich zurückgezogen und lasse die Menschen mit ihren Problemen allein. Oder unterstützt Gott etwa den Krieg? In der Bibel finden wir sehr viele Berichte von Kriegen und Blutvergießen. Und nicht selten ist das Volk Gottes in diese Kampfhandlungen verwickelt. Einmal gab es kriegerische Auseinandersetzungen, wenn Israel von Nachbarn und Feinden überfallen wurde. Dann griffen die Krieger zu den Waffen und übertrafen die anderen Völker oft an Mut, Geschicklichkeit und auch an Grausamkeit. Wir wundern uns, wie die israelitischen Soldaten schon im Alten Testament zur Zeit des Auszugs aus Ägypten manche Stämme mit Männern, Frauen und Kindern fast völlig ausgerottet haben. Dazu waren sie nicht immer ehrlich und gebrauchten oft eine List, um ihre Feinde zu bezwingen. Doch erstaunlicher ist es aber, wenn wir lesen, wie Gott sich an den Kämpfen beteiligte, den Königen und Heerführern Israels gute Ratschläge gab und teilweise auch selber in den Kampf eingriff. So war es auch, als die Ägypter den Israeliten nachjagten und Gott die ganze ägyptische Streitmacht im Roten Meer ertrinken ließ. Naja, wir verstehen schon, dass Gottes Volk sich verteidigt, wenn es angegriffen wird. Und wir akzeptieren auch, dass Gott sich auf die Seite Israels stellt und in den Kampf eingreift. Unverständlicher ist es uns allerdings, wenn wir lesen, dass Israel friedliche, nichtsahnende Völker angriff und sie samt und sonders ausrottete. Davon lesen wir zum Beispiel in Joshua, wo das Volk Gottes, von Ägypten kommend, die kanaanitischen Volksstämme überfiel, vernichtete oder aus der Gegend vertrieb, um das Land selbst in Besitz zu nehmen. So könnte man sich fragen, ob Gott nicht auch Kriege befürwortet und unterstützt. Und wer im Alten Testament liest, dem wird schon aufgefallen sein, dass Gott oft als Herr der Heerscharen bezeichnet wird. Heerscharen sind nun einmal Soldaten und Gott wird als Feldherr oder Heerführer bezeichnet. Wenn das so ist, dann hat Gott also sicher nichts gegen Kriege und Gewalt. Ist das wirklich so? Oder was ist die Einstellung Gottes zu Töten und Krieg? Grundsätzlich gilt das Gebot für alle Menschen, du sollst nicht töten. Das ist sehr eindeutig, sehr klar und sehr direkt. Da gibt es keine Wenn und Aber. Gott verbietet, dass sich die Menschen untereinander umbringen. Im Neuen Testament wird dieses Gebot noch vertieft und erweitert, wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Das steht in Matthäus Kapitel 5, Vers 44. Aus diesen Worten wird doch eigentlich deutlich, dass Gott gegen Gewaltanwendung, gegen Krieg und gegen das Töten ist. Doch hier müssen wir eines verstehen. Gott ist eigentlich nicht gegen das Töten grundsätzlich. Aber er ist dagegen, dass Menschen sich gegenseitig töten. Gott hat das Recht, Menschen am Leben zu erhalten oder sie zu töten. Er ist der Herr über Leben und Tod und niemand kann ihn für sein Handeln zur Verantwortung ziehen. Die Gebote Gottes sind uns Menschen gegeben, damit der Schwache geschützt wird und damit wir uns nicht gegenseitig ausrotten. Wir Menschen haben nicht das objektive Kriterium und nicht die neutrale Sicht, um jemanden gerecht verurteilen, schuldig sprechen und töten zu können. Gott aber hat ein Recht, einzelne Menschen oder ganze Völker zu verurteilen und ihre Ausrottung zu veranlassen oder anzuordnen. Auf diese Weise wird das Böse ausgerottet oder wenigstens eingedämmt und der Gerechte in Schutz genommen. Leider werden aber auch bei den Kriegen von heute immer noch viele Unschuldige in Mitleidenschaft gezogen oder gar bestraft. Doch bei allen Kriegen kommen immer auch göttliche Absichten zur Ausführung. Das war mir damals bei dem Golfkrieg im Irak deutlich geworden. Wir sahen zum Beispiel nur, wie die westlichen Streitkräfte gegen die Soldaten von Saddam Hussein kämpften und Tod und Zerstörung säten. Wir sahen aber nicht, wie viele Leute durch die Verzweiflung und Not anfingen, Gott zu suchen. Wir sahen nicht, wie die Not des Krieges viele Fragen aufwarf und einzelne zur Buße führte und zu einer echten Hinwendung zu Jesus. Notzeiten sind oft Zeiten der Läuterung und Neubesinnung. In diesem Licht ist auch unser heutiger Bibelabschnitt aus Offenbarung zu sehen. Hier haben wir ja nun von dem Reiter auf dem weißen Pferd gelesen. Es besteht wohl kein Zweifel, dass dieser Reiter, dem die Heere des Himmels folgen, Jesus Christus selber ist. Schon die Namen, die ihm in dem Abschnitt gegeben werden, beweisen das. Er heißt da nämlich der Treue und Wahrhaftige in Vers 11. Dann in Vers 13 das Wort Gottes. In Vers 16 trägt er die Namen König der Könige und Herr der Herren. Jesus wird in diesem Bild als Kämpfer und Heerführer gezeigt. Wir lesen von ihm, Er urteilt und kämpft gerecht. Seine Augen waren wie Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. In Vers 15 wird berichtet, Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegen wird. Er wird sie mit eisernem Zepter regieren und sie zertreten, wie man Trauben in der Weinpresse zertritt. Offenbar war es sein Plan, einen Krieg zu führen. Im Vers 19 steht geschrieben, dass sein Feind, das Tier, mit den Königen der Erde angetreten war, um gegen den Reiter und sein Heer zu kämpfen. Der Kampf findet statt, scheint jedoch schnell entschieden zu sein. Das Tier wird gefangen genommen und die Heere werden durch das Schwert aus dem Munde Jesu vernichtet. Das Schwert aus dem Munde Jesu könnte ein einziges Wort gewesen sein. Jesu Worte haben eine ungeheure Macht und Kraft. Recht einfach und schnell ist alles vorbei. Jedoch kommt eine ungeheuer große Zahl von Menschen dabei ums Leben. Das wird in den Versen 17 und 18 angedeutet, wo der Engel die Raubvögel und Aasgeier zu einem Fest zusammenruft. Sie sollen das Fleisch der Pferde und Reiter fressen, die in dem großen Kampf ums Leben gekommen sind. Zweifellos findet hier also ein furchtbarer und verheerender, ja endgültiger Krieg statt. Jesus ist Heerführer und in die Kampfhandlungen verwickelt. Er ist verantwortlich für das Massensterben. Wie sollen wir nun diesen großen Krieg bewerten? Sollen wir uns freuen? Trauern? Urteilen? Bevor wir eine Stellung nehmen, sollten wir folgende Gesichtspunkte dabei beachten. Erstens einmal. In Offenbarung Kapitel 19 findet ein geistlicher Kampf statt zwischen Licht und Finsternis. Es werden wohl Menschen getötet und viel Blut vergossen, aber doch stehen hinter diesen Kämpfen geistliche Mächte. Das wird schon deutlich, wenn wir den Vers 19 lesen. Da heißt es ja, dass das Tier zusammen mit den Königen der Erde zum Kampf angetreten war. Das Tier ist der Antichrist, der vom Teufel inspiriert und unterstützt wird. Auch wird der falsche Prophet erwähnt. Er ist von dunklen Mächten befähigt, Wunder zu tun. Und damit verführt er die Menschen und beeinflusst sie gegen den rechtmäßigen Herrn der Welt. Das ganze gegen Jesus angetretene Heer ist vom Teufel und seinen Dämonen angeleitet und beeinflusst. Der Kampf, der hier stattfinden soll, geht nicht um materielle Güte und Besitz, sondern es ist ein geistlicher Kampf, wo das Gute und das Böse aufeinandertreffen und wo es zu einer Entscheidung kommen muss, wer hier der wirkliche Herr ist. Zweitens. Die Konfrontation ist nicht zu vermeiden. Es muss zu einer endgültigen Schlacht kommen. Diplomatische Verhandlungen können dieses Problem nicht lösen. Ein Kompromiss darf nicht gesucht werden, weil sonst das Heilige verunreinigt würde. Von Anfang an hat Gott auf Trennung hingezielt. Das Gute sollte sich nicht mit dem Bösen vermischen. Die Lehre der Bibel sollte von allen anderen Lehren reingehalten werden. Die Gemeinde sollte keine anderen Religionen und Praktiken eindringen lassen und der Gläubige sollte sich von der Befleckung der Sünde bewahren. An einen gemeinsamen Nenner kann hier nicht gedacht werden. Ein Nachgeben auf beiden Seiten kommt gar nicht in Frage. Und ein Status Quo, wo man beide Positionen bestehen lässt, ist untragbar. Das ist die Situation. Eine Konfrontation, ein Krieg bis zur endgültigen und vollständigen Entscheidung ist jetzt angesagt. Drittens, Kämpfen ist nicht grundsätzlich verkehrt. Überall gibt es Konflikte und Rivalitäten, wo gekämpft werden muss. Schon alleine gesund zu bleiben, die Schule erfolgreich abzuschließen, einen Beruf zu bekommen, ist heute eine Herausforderung, die nicht ohne Anstrengung und Kampf zu erreichen ist. Die Bibel ruft den Christen an vielen Stellen zum Kampf auf und vergleicht diese Situation mit einer Sportveranstaltung, wo es auf das Siegen ankommt. Das ist aber nicht möglich ohne Kampf. Auch in unserem geistlichen Leben tauchen immer wieder Situationen auf, wo wir kämpfen müssen. Verschiedene Feinde greifen uns ein Glauben an, wollen uns schwächen, zum Aufgeben verleiten oder uns zur Sünde verführen. Der Apostel Paulus empfiehlt uns, in diesen Kämpfen die Waffenrüstung des Glaubens anzulegen, damit wir den Angriffen des Teufels widerstehen können. Das ganze Leben ist ein Kampf und die Bibel ist nicht dagegen. Sie ruft uns nicht auf, dem Konflikt zu entfliehen oder immer einzulenken, mit allen Frieden zu machen. In diesem Lebens- oder Glaubenskampf sollen wir Recht kämpfen, sollen uns nicht vom Bösen überwinden lassen und sollen den Sieg für das Gute davontragen. Noch ein vierter Gedanke. Gericht und Strafe und Rache muss es geben. Hier in Offenbarung macht Jesus sich bereit für den Krieg, in welchem er seine Feinde einer gerechten Strafe zuführen wird. Wie gut, dass es solch ein gerechtes Urteil und Gericht gibt. In Ecuador und vielen anderen Ländern nimmt das Böse immer mehr zu, nur weil die Regierung nicht den Mut hat, hart durchzugreifen. Sie hat Angst, dass sie die Gunst des Volkes verlieren könnte, dass man sie vielleicht kritisieren und anklagen würde. Aus Angst, Feigheit und Schwäche lassen wir Menschen oft Verbrechen und Sünde durchgehen, ohne sie entsprechend zu bestrafen. Das führt zu Unordnung, Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Chaos. Am meisten leiden unter dieser Situation die Schwachen und die, die sich nach den Geboten Gottes gerichtet haben. Es ist nicht gerecht, dass die Guten für ihre Zurückhaltung und ihren Gehorsam bestraft werden und die Egoisten und Lügner, die auf die Kosten anderer gelebt haben, frei ausgehen. So muss es einmal zu einem Gericht und einer Verurteilung aller gottfeindlichen Elemente kommen. Das geschieht nun hier in diesem letzten Krieg, von dem wir in der Offenbarung gelesen haben. Wir sollten diesen Krieg also nicht verurteilen, kritisieren oder ihn aufzuhalten suchen. Es ist ein nötiger und befreiender Krieg. Dafür sollten wir aber darauf achten, dass wir auf der richtigen Seite kämpfen. Es geht dabei nicht nur um die Erhaltung unseres eigenen Lebens, sondern um den Sieg und Triumph der Sache Gottes. Nachdem dieser Krieg von Jesus gewonnen wurde und alle Feinde vernichtet und bestraft sind, wird es nie wieder Krieg geben. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Wir beten. Herr, wir freuen uns, dass du der Sieger des letzten Kampfes bist. Wir freuen uns, dass damit das Böse eine vernichtende Niederlage erleidet und die Ungerechtigkeit bestraft wird. Wir wollen dich in deinen Ratschlüssen und Entscheidungen nicht kritisieren oder verurteilen, sondern entschieden und mit ganzem Einsatz schon heute auf deiner Seite stehen und mitkämpfen. Amen.